Ja, hallo, hallo, Leute, willkommen zu meinem Let's Play Schlag den Rab, ja, haha, ich dachte mir nach dem Call of Duty Let's Play mache ich mal was ganz anderes und, ja, ich denke mal, das habe ich geschafft, so, ähm, ja, starten wir, Jackpot, ja, alles klar, Einspieler, mh, Also, wenn der, wenn der Rab, wenn die das Spiel so realistisch gemacht haben wie in echt, dann habe ich Angst vor Moab und nehme lieber Anfänger, haha, ah, die Kandidaten, interessant, oh, wer ist das denn, oh, die ist ja geil, ey, oh, wer ist das denn, oh, die geile Luisa, oh, ich nehme die, die geile Luisa, Schlag den Rab, da ist er schon mit seinem komischen Grinsen da, ey, was ich noch sagen wollte, ich spiele das ganze blind, ich habe es kurz mal angespielt, aber, blam mir nur kassieren, aber ich habe es, äh, noch nicht durchgespielt, noch, nix weiter, Ihr spielt leichter, wer zuerst buzzert, darf antworten, ihr braucht sieben, um zu gewinnen, boah, Elton hat voll den fetten Arsch, ey, ja, los geht's, Na, dann haltet mal eure Buzzer bereit, was ist ein Wirsing? Gemüse Äh, eine Kohlsorte, Wirsingkohl Ja, ein Punkt, ich sag doch, die geile Luisa, äh, Luise, so, die geile Luise Wo liegt Wadus? Ach, weiß ja nicht, keine Ahnung, Wadus Hm, Lechtenstein, ja, gut Na, komm, weiter geht's Wie heißt der weibliche Wal? Weibliche Wal? Keine Ahnung, ich versuch's einfach mal Wal-Crew, Wal-Frau Wal-Line, ich weiß es nicht Wal-Lin Wal-Line, ich weiß es nicht, was ist, 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 was Boah, ne, hätt ich nicht gewusst. Oh, der Schuss ging da hinten los. Ähm... Oh, um 50 Kilometer. Scheiße. Also, du hast deine Punkte natürlich auch zusammenbekommen. Wieso hat er jetzt einen Punkt gekriegt und ich hab keinen? Stefan war mal wieder neben dem Lamm. So bespielen, wunderbar, löst du. Was ist ein Konzertmeister? Oh, Konzertmeister. Ich versuch's. Was sind denn das für Fragen? Das hat sie gut gemacht, unsere Luise. Boah, Stefan hat ja voll den Riesenschädel da, ey. Wie heißt der südliche Zipfel in Afrika? Oh. Ah, ja. Ich hab da gute Hoffnung. Ich hab da gute Hoffnung, ist das so, oder nicht? Ja, und schon ist Deutschland, was? Ja, komm, weiter geht's. Was für ein Run für Luise. Wer wird als Staatsbürger in Uniform bezeichnet? Polizei, oder nicht? Polizisten. Das war zu vorstellt. Da wollte jemand einfach nur der Erste sein. Das geht nur zur Flüchtigung. Hm. 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 Wo hat denn der so viel Punkte auf einmal her? Oh, muss ich aufpassen, ey. Wie werden Pflanzenkundler auch bezeichnet? Pflanzenkundler? Ich weiß nicht, ist mir zu riskant. Er wird's wissen und mich fertig machen. Pflanzenkundler, ey. Keine Ahnung. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, 1-0 für Stefan. Ekelpaket. Mach die sowieso fertig mit der Fratze da. Sieht so aus, als hätte Stefan das Spiel gewonnen. Ja, und dann hat er das halt. Ein Punkt. Geht die Welt nicht runter. Na komm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Spiel Nummer 2. Sägen. Sägen. Och nö, ey. Ach, scheiß auf die Anleitung. Er spielt gleichzeitig. Wer sägt am schnellsten 5 Scheiben Holz ab? Seid ihr bereit? Ich bin irgendwie zu schnell. Äh, zu lange dann meine ich. Ich hab ihn eingeholt. Joa, ich bin in Führung. Fuck. Komm, komm. Geile Luisa. Ja, schon meine vierte. Eine noch. Komm. Er hat erst drei. Komm. Mann, was ist denn das hier? Fuck. Er zieht mich noch ab hier. Was ist denn das? Es funktioniert nicht mehr. Oh, er hat gewonnen. Es sah so gut aus. Hä, was ist denn hier los? Verdammt, ey. Eieieieiei. So geht das. Wenn es drauf ankommt, ist er knallhaft. Ja, gut. In echt. Hätte sie es wohl auch nicht geschafft, sag ich mal. Ich glaub, das kann so früh knicken, ey. Ist das der Beginn einer Siegesserie? Ne, ist das überhaupt nicht. Ich mach jetzt das nächste Spiel und dann ist es schon ausgeglichen hier wieder. So. Ne? Und was dürft ihr jetzt spielen? Na, was kommt jetzt? Die Theke. Die Theke. Aha. Ach, Bierrutschen oder was? Ja. Ja, hab ich schon mal im Original gesehen. Bier schiebt drei Uhr ganz abwechselnd einen Bierkrieg. Wer kommt der hinteren Tischkante am nächsten? Was für ein Elan. So geht das. Ich weiß gar nicht, wie man das spielt, aber ich werd's schon hinkriegen. Oh, komm. Oh, ein bisschen zu wenig. Shit. Was für ein Rohrkrepierer. Ne. Jo, wenn ihr mit dem Spiel fertig seid, dann... dann gönnt ich mir auch erstmal ein frisch gezapftes. Ja, ich auch, man. Ich will auch eins, du. Der war nicht so gut für mich daran. Boah, sauber, sauber, alter. Den krieg ich ja nie wieder nochmal so hin, ey. Was war das? Achso, das war ja. Ja. Das sieht aber gar nicht gut aus. Die geile Luise. Oh, wieder so ein Guter, glaub ich. Ja, das kann man ja schon gar nicht mehr da hinten schaffen. Ja, Stefan. Sieht gut für mich aus. Ja, gewonnen. Ja, wenn's um Bier geht, da bin ich euer Mann hier. So, weiter geht's. Spiel Nummer 4. Was sagt der Zwischenstand? Ja, zeig mir meine Punkte da. Wup, wup. 3-3. Keine Chance. Spiel Nummer 4. Ah, ich kann nicht mal Kuh melken. Ach du Scheiße. Ah, Kuh melken. Kurz mal die Steuerung. Linke, wenn du da unten fährst, auch nicht zu zersetzen. Rechte, werfe... Okay. Okay. Gut, ich versuch's einfach mal. Er ist dran, er ist neu. Hm, das... das glaube ich nicht, das schafft nicht, glaube ich. Er meldet sehr gut. Das schaff ich nicht. Aber was heißt das hier so von der Grafik? Ich finde ja mega der Burner. Ich finde von der Grafik her, äh, übertrifft das alles. Da kann Crysis 2 und so weiter einpacken, ey. Das ist so... Dermaßen, ey. Diese detaillierten Ränder. Es gibt noch nicht mal Grafikeinstellungen, das passt sich alles an, oder... Was weiß ich, ey. Mann. Alles so schön rund gemacht, und... Er mit seinen breiten Schultern da, und naja. Lassen wir das. Mhm. Hm. Oh, halben Liter schon. Halben Liter schon. Oh, oh, nicht gut. Wenn ich meinen, höre, drei assignments. Alles so gut. Also wenn ich das glää Hari Larake hinurable kann. Ich binntudelником. Naicie weinen höre.